Der BVB hat wieder zugeschlagen. Jadon Braff kommt von Manchester City. Kennt ihr nicht? Kein Problem, wir stellen ihn euch kurz vor. Der Junge ist 19 Jahre alt, Niederländer und spielt links außen. Und das Beste an dem Deal ist, er kommt ablösefrei. Ein Top-Talent aus der Premier League, das nichts kostet und das von Pep Guardiola gelernt hat, den hätten auch andere Vereine mit Handkuss genommen. Aber der BVB und Sebastian Kehl waren schneller oder überzeugender. Auf jeden Fall hat Dortmund das Rennen um Braff gemacht. Da werden Erinnerungen an Jadon Sancho wacht. Der BVB hat den Deal bestätigt, aber vorher hat er schon Fabrizio Romano sein Here We Go gegeben. Der Deal war also eigentlich schon durch.